ARD Text im Auftrag von Funk Entschuldigung, kennen Sie meine Mutter Marita Larsen aus dem vierten? Was? Marita Larsen, die hat ja mal gewohnt im vierten Stock, kennen Sie die? Nee. Larsen? Larsen? Nee, keine Ahnung. Jana, du brauchst doch kein Dezo! Hallo Mama. Willst du Robbjolich? Nee, danke nicht zum Frühstück. Was? Ich mag das. Ah, das ist Jürgen, kennst du noch? Jürgen, kennst du noch mal? Jürgen, kennst du? Geh ruhig mal, willst du mal Hallo sagen? Mann, Christine, ey, das ist ja ein Ding. Hat sie mal vorher angerufen, war, hätte ich ein bisschen aufgeräumt. Was machst du denn so? Mann, jetzt lass doch nicht alles aus der Nase ziehen. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Warum warst du denn so eine beschissene Mutter? Ich würd' einfach nur verstehen. War das meine Schuld? War ich zu anstrengend, zu laut, zu leise? Keine Ahnung. Nee, das ist halt dumm gelaufen damals. Dumm gelaufen, ey, du hast mich ins Heim abgeschoben. Nee, Papa. Mann, du bist meine Mutter. Ich wär einfach nur wissen, ob du verkackt hast, Mama. Ich hab doch nichts dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie Madame sich das hier vorgestellt hat. Fältigen Fokus bei Gams. Ja. Was macht ihr da? Unterricht. Toller Lehrer, bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule, die ist ja gleich da vorne. Papa kann ich raus. Misha! Ja, hallo. Glatte. Äh, der Wagen ist, äh, fertig. Ja. Kannst abholen dann, ne? Tschüss. Das war, was sie sagst. Und ich competition habe, flagonate. , und Wagen ist. Du wirst dich geragert. Vielen Dank.